so mittendrin in nichts gibt es hier ein paar hölzer da waren wir hier kannst du grillen wenn du willst jetzt gibt hier so einen bank wo wir unsere füße aufstrecken können und ist meine frage vielleicht kennt sich ja jemand damit aus hier steht so eine hütte einfach nur in nichts die laufen zwar barbekloppt so wie wir aber wie trägt sich das geschäft wir trinken wein quatschen so ein bisschen so tourism aber kann man damit geld verdienen wie war ist das